Dschungel Mitteln. Let's go. Herzlich willkommen bei ARC Road to Acer PvP. Ich habe mir vor ein paar Wochen ein paar alte PvP-Videos angeschaut und wieder massiv Bock bekommen ARC PvP zu zocken, weswegen ich mit meinen Mods und Gartor zusammen einen ARC PvP Com-Surfer aufgebaut habe, um einfach wieder drauf ARC PvP zu spielen. Wir zocken 4er Tribes auf der Zentermap ohne Flugdinos, wobei von der Zentermap einige Spots modifiziert sind, damit es mehr solide PvP-Spots gibt. Das heißt, es gibt einfach mehr gute Bauspots, wo man seine Base bauen kann. Let's go. Also ich will heute noch raiden, Leute. Ja, okay. Meine Mates sind übrigens Gartor, Kay und der gute Tim. Interessante Kombination auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was das wird, weil ich habe ja auch über ein Jahr kein ARC PvP mehr gespielt. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe meinen ersten Dodo getötet, aber ich habe hier übelst Ruhe. Es scheint echt aktuell keiner zu sein bei mir. Am Ende sind wir alleine auf dem Saffer. Nee, nee, definitiv nicht. Ich sehe hier locker 5 Leute gleichzeitig. Unser Plan am Anfang ist es, uns in zwei Zweierteams aufzuteilen. Team 1 soll unseren späteren Wunsch-Bauspot im Redwood sichern. Team 2 hingegen sichert den Aufbauspot in der Nähe von Skull Island, wo wir uns fix hochfahren wollen, bis wir Teleporter herstellen können. Unsern Aufbauspot habe ich geclaimed. Hier schlägen fahren die schon. Nice. Da war einer schneller. Okay, dann lass schauen, dass wir die Aufbauspot bekommen und ich weiß nicht, warum wir jetzt den Nordschneeberg? Oder was machen wir als Alternative? Mhm, wir gucken das oder wir testen, wie weit wir sind. Oh, hier ist ein Player bei mir. So, ich habe jetzt 500 Perlen einstecken, ich komme jetzt zum Aufbauspot, okay? Mhm. Okay, ich bin gleich da. Wo bist du, dass wir uns gleich einladen können? Ich bin im Dingens drin. Also ich bin vor dem Haupteingang, vor dem großen Eingang mit einem Farben. Ich inke in ungefähr 5 Sekunden. Haust du Holz? Ich hau Holz, ja. Moin. Hey. Was ist dein? Laben sie mich ein. Herr Kowalski. So, ich mache wie gesagt mit Holz Gates erstmals zu. Ich bin hier bei euch. Ah, okay. Ich gebe dir Admin. Hast du? Ja. Kommen sie. Okay, dann banner ich die Foundations-MV irgendwo hin und dann können wir die Forties ja hinhauen. Heidrüstung. Brauchen wir irgendwas besonderes gerade noch? Ich mache hier noch vier Stück hin. Ich mache gleich die erste Smuffy. Okay. Ich habe übrigens meine Perlen. Die Perlen haue ich erstmal in die Storage Box rein. Ist die pinnt automatisch? Ja. Automatisch nicht, aber ich habe sie gepinnt. Okay. Sankfeuer. Plötzlich auch mal eben. Damit es dann was zu essen gibt für den Garten, wenn er nach Hause kommt. Ich mache die ersten zwei Spitzhacken. Hast du rausgenommen? Einmal runter Barraschuten. Oh, eine Schorschkröte. Oh, die ist Level 50. Das ist mir zu tanky. Endlich wieder Metallfarben, ey. Lang ist es her. Juhu. Ich habe es so gewiss, Alter. Ey, ich habe halt wirklich über, also anderthalb Jahre keine PvP mehr gemacht. Ich habe so Bock, ey. Geil. Joa, ist bei mir ähnlich lange her tatsächlich, ne? Ist auch so cool. So, mal gucken, ob Transfer Tool funktioniert. Stunde der Wahrheit. Momentar. Dann Steine. Funktioniert. Geil. Metal und rein in die Forge. Ne, die Steine nicht. Transfer. So ein Mittel habe ich transferiert. Ich mache schon mal ein Preset für Steine. Jetzt haue ich einfach in den Mörser rein. Ohne Fallschaden runter? Ah, tut ein bisschen weh. Okay. Ja, Dicker. Da hätt' du gerne mal ne Befallschaden. Ich muss uns gerne hier oben noch zumachen, weil ich glaube, da kann man durchspringen. Ja. So. Alle Strukturen. Transfer. Okay, ich bin Level 61 und ich habe 91 Elektronik. Nice. Jetzt komme ich zu euch. Ich bin glatt für euch. Wird flex, aber nice. Ja. Ich weiß. Aber irgendwas muss man, mit irgendwas muss man ja flexen können, ne? Das ist richtig. Wenn du schon Bausport nicht gekriegt hast. Ja. Bühn. Haha. Das Enttäuschung ist da auf jeden Fall. Haha. Ja ey, scheiß auf. Lass einfach eine Alternative irgendeinen Spot nehmen und dann rate mir die bald. Dankeschön. Let's go. Und ich muss mal ganz kurz pinkeln. Noll. AFK wird gekickt. Kann ich vom Boy pinkeln? Ja, Alter. Sind seit 40 Minuten. Kimonier Blase am Start, ey. Ist dir noch irgendetwas an Chitin oder Keratin im Info, was ihr vielleicht noch irgendwo reintoppen könnt? Ich bin allgemein eher so der aufgeräumte Gamer. Was bist du allgemein der aufgeräumte? Das ist eine Lüge. Ich bin gewundert, dass keiner darauf reagiert. Um noch mehr Chitin für C-Paste zu farmen, was wir für die Teleporter-Herstellung benötigen, sind Tim und ich in die kleine Cave neben unserem Aufbauspot rein und Gato und Kay haben währenddessen noch ein bisschen Metal gefarmt und im Anschluss will Gato dann losziehen und einen alternativen Spot auf der fliegenden Insel für uns claimen, dort dann den Teleporter platzieren, damit wir alle mit unseren Ressourcen rüberziehen können. Aber wir haben jetzt schon den ersten Teleporter, oder zwei? Zwei haben wir. Ja, wir haben zwei Teleporter. Okay. Und Metal hast du reingepoilt, perfekt. Das ist alles drin. Haben wir jetzt hier, ja, 300 Metal pro Forge ungefähr, das auf 15 Forges. Das ist schon was. Ich guck mal, dass ich Flak machen kann. Ja, nice. Bäm. Hast du den gekonnten Sprung gesehen, Tim? Ein Fernrohr wäre mir nicht blöd gewesen. Irgendjemand gerade mal eine Bowler parat vor der Base gleich? Ich komm dann mit einem Raptor, einen Terabyte auf Vorder, hab keine Bowler mehr. Der Terabyte ist fast betäubt. Wenn jemand gerade mal aus dem Game-Force kommt, um mir die zwei Tücher wegbowlert, hier einmal, wenn er einen Lauf einmal durch euch durch. Die ging daneben. Nice. Wow. Ich hab gegenseitig gebowlert. Ich hab so Beam gebowlert. Ist frei. Hab da den Raptor. Ich hab keine Betreuungsreise. Ey, muss man erst mal traps? Ja. Nee, ich bin auch kein einfaches Ziel auf jeden Fall. Haben denn jetzt schon alle Flakrüstung? Liegt in der Smithy. Also ich hab vier Sets gecraftet. Okay. Nice. Haben wir jetzt schon ein fertiges Narkotik, zufällig, für Pfeile? Ne, ne? So 30 Stück sind... Oh, könnt ihr mir die auch runterschmacken? Ja, tropisch gehen. Und nicht, dass es auf dem Vorsprung landet. Warte mal. Ich bin mal ein smarter Gamer. Ich gehe hier hin. Genau, da, wo der Tim war. Ich lass euch Strike hier unten stehen. So ist Tropen hier. Bam. Könnt ihr den dann abholen? Das ist Lieselotte. Mal gucken, ob man eine hübsche, die wir gefunden haben. Okay. Ja, ne? So, ähm, alles in die Smithy transferieren, oder wohin damit? Kannst alles in die Smithy transferieren, ja. Okay. Pick up jetzt hier schon mal sämtliche Forges. Soll ich Lieselotte schon mitnehmen? Kannst du machen. Also hier, maybe port ich dir gerade den Fuß weg. So, cool. Das ist übrigens der neue Bauspot, wo wir jetzt erstmal notgedrungen bauen. Bei Redwood ist es schon mit der Sets gewesen. Die Stelle hier sieht ein bisschen scuffed aus, aber tatsächlich kann man überall lang. Base? Also den muss ich ja nehmen, ne? Base ist wahrscheinlich... Heuer an die Base, ja. Ach shit, dann gehen die Dinos ja zurück. Das ist doof. Wann ist sie schon? Ja, diese Lotte ist wieder zu Hause. Und ich hab cool dran, aber... Ich hab aber den Terrorbird wenigstens schon mal rausgeholt. Eine Katze reitet nur auf Katzen. Das ist ein Naturgesetz. Wie sehe ich jetzt schon Incoming-Tribe, irgendeinen, wo jemand knackt an? Ich dachte, wir sollten hier 4x4 irgendwie bauen oder so. Das ist ein bisschen klein sonst. Klein? Und denkt dran, dass ich nicht da bin. Ich möchte auch ins neue Zuhause. Ja, dann sehen sie... Oder du bringst dann einfach gleich einen Teleporter mit oder so. Ich würde ja gerne Tim schon mal rüberbringen. Ich hab Angst, dass er jetzt irgendwie... ...stürbt, angewischt oder so. Angewischt? Ich habe die Sand gebrochen. Ich mag übrigens den Base-Bot-Namen von dem Teleporter. Ja, Brücke. Ja. Sehr gut. Kann man sich, wenn ich das merke. So, hier Tim, ich bring dich mal... Wohin? Wohin, ja. Okay. Oh, Herr Jack, dann sehen sie mal zu, dass sie jetzt hier antraben. Ja, ich mach... Ich mach da gleich theoretisch. Stell ihn irgendwo hin, ja. Also steht hier in der Räucherkammer. Hier hab ich platziert. Damit die Bären frisch halten. Ja. Also Ceiling, Tür, Wände und so sind in der Crafting Station. Ja. Ja, lass mich mal hier den Bums hier zusammenbauen irgendwie. Ich mach das schon. Okay. Kommen wir. Ich hab einen kleinen Timmy erfolgreich nach Hause gebracht. Heiß. Vielleicht baust du vor allem auch noch ganz gut die Kiecher ab. Äh, ich bin runtergefallen. Von der fliegenden Insel? Das ist nicht so gut. Ich bin runtergefallen. Was denn? Aber das ist so wie die Tonlage. So abgefuckt, aber halt auch selbst nicht von sich selbst verwundert. Ja, ich war halt nicht begeistert von der Situation. Nicht? Glaub ich dir. Guti, dann zieh ich jetzt mal los und guck wegen Anki, ha? Ich nehm jetzt den Teleporter einfach mit. Wir haben keinen Flint und keinen Thatch mehr für weitere Arrows. Okay, vielleicht kriegen wir ihn jetzt. Es ist halt wirklich unfassbar nervig, das Bot hier, muss ich sagen. Äh, aber eventuell, wenn die Archies jetzt hier kein Akku haben und so und ich den halbwegs hier behalten kann, sollten wir ihn eigentlich jetzt bekommen. Nachdem wir endlich die ersten Farm-Dinos getamt haben, konnte es endlich losgehen und wir konnten im großen Rahmen Ressourcen einsammeln. Vorgehensweise hier ist wie folgt. Ein Spieler sitzt auf dem Farm-Dino und farm die Ressourcen und macht bei Max-Vaid Drop-All. Und ein zweiter Spieler zieht mit dem Transfer-Tool sämtliche Ressourcen aus dem Dino und aus den Item-Cages, welche durch Drop-All entstanden sind, direkt in eine Crafting-Station. Und wenn das Bot abgefarmt ist, wird sämtlicher Inhalt der Crafting-Station via Teleporter dann einfach in die Base gebracht. Hier ist ne Rino, hier ist ne Rino, hier ist ne Rino. Ach du Scheiße. Ich hab kein Cryo, ich kann nix machen mit dem Anki. Ich bin genettet und ziviert. Hat jemand einen Cryo? Können Anki noch einpacken? Nein, schaffst du nicht mehr, du bist tot, sonst. Ich hab halt auch keine Fallschirme dabei. Das war alles komplett verpackt. Was ein Timing, Alter. Geh, geh. Das Ganze wirft uns natürlich gut zurück, während andere Tribes immer weiter snowballen können. Wobei wir im Vergleich zum Durchschnitt immer noch ganz gut dastehen sollten. Ganz vorne stehen wir aber definitiv nicht. Wir versuchen also jetzt erneut, diesmal an mehreren Fronten Ankylos zu tamen, doch so wirklich Ruhe haben wir eigentlich nirgends. Wir haben den Anki, die haben den Anki tot. Aber dann ist gerade echt schlecht hier mit Rino-Taming so viel Läuterung an. Na, hier ist es furchtbar gar nicht. Dann würde ich auf jeden Fall weg vom Grün-Ruby gehen. Irgendwo weiter weg. Nope. Hat er an Kylo die Bola gefressen oder wo ist die Bola gelandet? Los weg hier, hier ist es absolut zum Kotzen. Die wollen die ganze Zeit kontesten hier. Ich glaube, wenn du in den Hex oder... Mann... Hier rennt doch einer mit Rino rum. Spino rennt da auch noch irgendwo rum, also... Los, weg. Einfach weg. Ja, die verfolgen mich gerade. Das wundert mich nicht. Nein, die haben sie mich noch verfolgt. Die wollen hier die Pinguine beherrschen. Brauchen an. Was da, mal da? Die werden mich jetzt gleich hier runterkicken. Woran zu kicken? Die einen echt unendlich chasen, Alter. Das ist unglaublich. Na, super gut eigentlich. Die haben richtig Bock auf mich. So, das Damm ist hier voll. Unterhalb der fliegenden Winsel bist du. Ja, das sind zwei Aufgänge. Oh, jetzt ist hier ein Alpha-Mega-Alter. Ich werde verrückt, Mann. Für mich sieht das so aus, als möchten die einfach die ganze Zeit die Pinguine-Insel kontrollieren. LOL. Ja. Grabe, schnell. Ziel. Komm schon. Komm, 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 komm. Alter, Schäde. Okay, Terror ist down, aber ich hab's überlegt. Aber das kannst du keinem erzählen. Wir brauchen halt erstmal eigentlich das Metal, das Opsi ist halt gar nicht so wichtig, außer wir haben halt wirklich absolut zu Kodi-Problemen, dann müssen wir halt fürs Opsi gehen. Ich hab ein Enki liegen, der hat jetzt 30%. Wenn man in der Tüler kommt, ist halt auch nicht. Ja, und sogar drei gerade liegen, ey. Oh, Lul. Scheiß, Enki ist an, er. Ganz so direkt zu Totenkopf-Porten, ne? Ne, wir wollen doch schnell preen. Also, das schnell starten, oder? So, jetzt hatte ich. Aber der hat ja vorhin auf den draufgehauen. Ähm, ich glaub, anscheinend hab ich mir immerhin dafür gesorgt, dass ihn nicht getötet haben. So, das ist Graf Brügger, let's go. Und pick up. 33 Millieb nach Tame. Immerhin. Ist ja jetzt ein gutes Timing geworden hier. Der hat... 19. Aber vielleicht kriegen wir ja die guten Stats. Noch einer. Äh, jetzt kommen sie. Erst keiner, jetzt alle. Ja. So, ich mach mal Melting an. Ja, mach mal Melting an. Oh, es meldet. Der Hotsch sind alle aus, by the way. Alles. Pull mal gerade rein. Von dem Biber dann gerade auch noch ein bisschen was bekommen. Ansonsten hol ich gleich nochmal. Wo ist er hin? By the way, portet ihr mal eben durch hier. Du bist der Biber, komm dran hier. Ja, soll ich noch was mitnehmen, oder so? Ja, den Enki, war ganz gut. Okay. So, okay. Jetzt hoffe man, dass nicht wieder Spino-Armee von hinten kommt. Wenn ich mich bewegen kann, sind wir safe. Ich hab mich bewegen und gewonnen. Also nur dazu sagen, Kling konnte sich wohl nicht bewegen. Weil sonst wäre das alles kein Problem gewesen. Um nicht wieder beim Farmen abgefarmt zu werden, haben wir uns als Spot diesmal für die Decke von Skull Island entschieden. Es ist nicht die optimale Stelle für Ressourcen, aber da die Pinguin-Insel ebenfalls durchgehend contestet wurde, konnten wir so gleichzeitig noch ordentlich Obsidian einsammeln, um Polymer am Fabrikator zu craften. Also so richtig alte Schule quasi. Wo hattest du gesagt, wo Bolas sind? Irgendwie hattest du was vorgesagt? Ich hab halt jetzt immer, wenn ich nicht wusste, was ich tun soll, irgendwie Bolas oder Parasdukes gecraftet oder so. Immer wenn ich nicht wusste, was ich tun soll. Am Ende des... Am Freitag... Überall alle zweite Bolas. Ja, wär möglich. Als ihr euch wundert, ich hab hier die Träsur hingestellt, da sind meine Bolas drin. Was ich diese Woche so gemacht habe. Das ist auch krasser Content auf jeden Fall für YouTube. Also bisher habe ich einmal, wie wir abgefarmt werden bei Metal Farm und einmal, wie ich gechased werde von Kängurus. Ich hab doch immer keinen Spieler gesehen. Du hast doch keinen Spieler gesehen. Nein. Kängurus mal ausgelockt, wenn die was los hat. Ich hab gerade gesagt, Kängurus mal die Augen zu, wenn einer kommt. Ja, das ist so diese Taktik, wenn ich die nie sehe, sehen sie mich auch nicht. Hat aber nicht funktioniert, zumindest nicht bei dem Giverino. Den Tod sieht man auch nicht. Er sitzt jetzt hier auf seinem... auf seinem Enki und schlägt um sich und weiß nicht, was er machen soll. Ich bin halt Half-Life jetzt. Kannst du dir einfach unterschießen, wenn du nur auf dem Enki sitzt? Womit denn? Mit Beteilung sein? Ich hab nur ein simpel bisschen dabei. Ich kann ja mal rüberkommen. So, ich seh den Enki. Ja, vor uns, vor uns, direkt vor uns. Pass auf, Mikroraptor fliegt zurück gerade. Wunderst du ihn? Ich versuch's. Ich hab halt. Keine Waffe. Hab ihn. Oh, nice, Bruder. Zünd ihn an. Seine Fackel fallen lassen. Hab ihn. Hab ihn. Was hat er denn da für einen Sattel drauf? Der kriegt überhaupt keinen Schaden. Ja, vielleicht hat er ja einen guten. Supportet euch mal nach Hause. Ich nehm den mit und zieh den in irgendein Vieh rein. Okay. Der Ankylo hatte übrigens 7000 Flint einstecken. Und da wir bis dahin wirklich massiven Flintmangel hatten, war das gut profit für uns. Also, es gibt auch positive Nachrichten. Und nicht alles nur schlecht. Ich bin wieder supportet. Yay, PvP-Spaß. Das hat Schmaß gemacht. Kay hat Fläger gesehen. Wo bin ich denn? Ja, lol. Stimmt. Premiere. Stimmt. Kay. Komm, war Kay dabei? Ist auch ein gestorben, der Gegner. Weil Kay hat nämlich mit der Fackel mit draufgehauen. Kay hat Licht gemacht. Geile ist, er hat auch eine Fackel gemacht, die hat ihn dann weggeschmissen. Ja. Aber jetzt nicht in den Kopf reinwerfen hier. Du wirst aber eigentlich in die Richtung fliegen. Nein. Oh, naja, die Richtung fällt mir nicht. Ja, geht nicht. Ja, okay. Rekst du es gefangen, wenn ich es langsamer mache? Das ist ein Ankylo lebt halt immer noch und rasiert das gesamte Redwood hier kaputt. Ja, nice. Auf, mir drin, rauf. Schon recht viel. Über 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Metall ungefähr. Wie viel zählkastet? Auch 3.000, 2.800. Ja. Dann soll ich mal upgraden? Ja, mach mal. Schön vorsichtig. An dieser Stelle eine kleine Erinnerung, Leute. Solltet ihr mal einen Surfer brauchen für ARK, Farming Simulator for Rising, Valheim oder irgendein anderes Game, was ihr privat mit euren Freunden zusammenzocken wollt, dann würde ich euch sehr, sehr gerne meinen langjährigen Partner G-Portal ans Herz legen. Dort erhaltet ihr performante Surfer inklusive guten Support bei Fragen und Problemen. Also, wenn ihr mal einen G-Portal-Surfer mieten wollt, nutzt einfach meinen Link oben in der Videobeschreibung und dann spart ihr 10% auf jede Bestellung und, und das würde ich auch gerne noch erwähnen, mit jeder Bestellung über diesen Link unterstützt ihr auch meine Wenigkeit. Ich würde es einfach freuen, wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, wenn ihr mal einen eigenen privaten Server braucht, um mit euren Freunden zusammenzuzocken, wenn ihr da an diesen Link denkt. Das wäre super. Weiter geht's mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist nur ein. B ist komplett aus, meine Damen. Das hier, was ist das denn? Ja, das kann weg. Scheiße, ich dachte, es fällt nicht auf. Ich würde da vorsichtig mit Abreißen, ne? Ne, 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 das hat, hat keine tragende Fenster. Ich habe hier einen 145er-Mail-Thüler. Ja, ne? Let's go. Da würde ich, glaube ich, mal dazukommen. Dann könnten wir tatsächlich den noch schnell drehen und dann müssen wir nicht mitmachen. Äh, der stirbt gleich hier, oder? Ja, deswegen wollte ich ja, dass du auf den Tüler gehst und das wie tötest, anstatt mit der Bola rumschweißen. So, Thüler kommt! Ist genettet. So, einmal. Warte, ich habe Metal-Billboards. Ich habe auch Metal-Billboards. Ja, das brauchen wir nicht. Wie hat Flex? Hier ist zu. Doppel-Billboard. Wie hat Flex vor allem? Haut auch nicht kaputt. Ja, Thüler haut sich sowieso nicht kaputt. Nix haut sich kaputt. Okay, dann mal Tim, mal Tim betäuben. Haben wir geguckt, Prime-Meet dabei? Ehm, man? Ja, habe ich, ja. Sehr gut, Finn. Oh, ist auch kein Thema. Bester Mann. Idealerweise, wenn ein Gegner kommt, anschießen und irgendwie vielleicht ihn zu versuchen, wegzulocken, oder so. Oh, hier ist ein Player mit Kano. Tja. Oh, jetzt hätte ich dich fast weggeportet, Rico. Das fände ich nicht. So, Lull. Checkt mal, wenn ich gerade hier bin, nochmal die Base von dem Dude aus. Ob sich da was geändert hat, großartig. Ich hoffe, er hat immer noch Superforge und vier Turrets, so wie vorhin. Ähm, ein Turret mehr als vorhin ist, äh, abgedeckt. Ist ja noch einer. Ich habe gerade einen gekühlt, jetzt kam ein Tühler dazu. Okay. Am besten, jemand holt dann schon mal den Tühler ab, wenn er fertig ist. Ich weiß nicht, wie weit er gerade ist. 98%? Äh, 89%. Dann kümmert du dich in der Dachung, Tümm. Dann kümmert du dich in der Dachung, Tümm. Naja, ich habe drei Minuten Kohle dann wieder. Warum auch immer. Oh Mann. Irgendwie stimmt ja nicht. Ja, selbst Mod-Selt halt auch als Proforge. Ja, ich habe ganz da mehr mit meinem. 500 Meter noch. War auch schon Hälfte Stamm. Also ich bin 500 Meter zum Tühler. Wie weit vom Tühler bist du weg? Äh, der Tühler ist direkt bei mir. Ah, okay. Ich sehe, ich sehe dich, glaube ich. Ich komme, ich komme zu, ich bin direkt neben euch. Ja. Hab ihn. Nice. Okay, ich versuche ihn einfach zu beißen. Geh du auf den Tühler. Okay. Ich finde den Tühler. Er kribbelt sich hoch. Okay. Jetzt oben auf den Baum. Oh, wow, wow, wow. Bei mir ist eine Rocket. Ja. Ich habe es gesehen. Okay, Tühler ist tot. Sehr gut. LOL. Ich bin tot. Echt? Ja. Der hat mich vom Tühler runterge-one-shottet und hat das selbst überlebt, obwohl ich direkt vorhin stand. Aber der hat keine Hose mehr an. Ich bin auch down. Okay. Lass dann fucken mich die Kreden doch ab. Das Rocket PvP ist super dumm einfach nur. Bin ich auch kein Fan von. Ja, das konnte man so von dem High-Level-Tühler ablenken. Du erinnerst dich ja sicher noch an den eigentlichen Bauspot im Redwood, welcher dann blockiert war, den wir also nicht claim konnten. Gato hat diesen Spot nochmal gescoutet, beziehungsweise die Base, die da steht. Und bis jetzt war die Base wohl noch ein sehr, sehr gutes Target für einen Raid. Also haben wir unseren Trike eingepackt und einfach mal gucken, was sich da so machen lässt. So einen kleinen Push an Ressourcen und Blueprints könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Hat einer noch seinen Tühler da dabei? Ich, ja. Ja. Dann placen wir einen hier irgendwo in die Nähe hinter irgendwas. Hinter einen Baum oder so. Hinter einen Redwood Baum, der rennt da rein. Ja, der verschwindet nicht. Der verschwindet nicht? Der Baum verschwindet nicht zur Fuel Distance. Von hier quasi durch diese zwei Gates hier durch. Und durch die nächsten zwei bis drei Gates sicher. Wir stehen jetzt gerade mit vier Mann auf der Rampe, gucken alle nach vorne. Wenn jetzt hinter uns dann kommt, sind sie gewarnt. Ich guck nachher. Deswegen lass Hähne machen. Ja. Direkt nicht. Warte. Ja. Drei. Eins, zwei, drei. Kannst auch auf eins machen. Drei. Boah, bist du schnell. Nein. Es ist ein bisschen was aus, aber nicht alles. Ne. Ich find drumrum ist nirgendsrum safe, Freund. Ja, ich merk's. Ich hätte eigentlich ganz gerne den Baum als Cover genommen, aber von hier hinten schießt halt wirklich weniger, ne? Ja. Ich würd so weit links wie möglich ran, dass du quasi... Ja, da stehen halt Turrets. So, seid ihr bereit? Ja. Jo. Wichtig ist, dass ihr wirklich auch das Turret drauf zockt. So, go. Perfekt. No, no, no. Das hat nicht geklappt. Strike bugged. Oh, Mann. Ja, könnte sein, dass es euch jetzt bug ist. Dann müssen wir ihn try on and I try on. Ja, wir haben ja cool damit. Okay, es geht. Puff. Base ist aus, Base ist aus. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Passt. Okay. Okay. Jo, Tim. Danke. Wieso haben wir denn Sachen in den Strike gelegt? Lull. Das war ein... Oh, da war aber nicht mehr viel Turret-Demo drin. Wir hätten das einfach mit dem Holzschuld, äh, alte Schule leer machen können. Ja, aber da waren hinten nur noch 11 Schuss oder so. Ja, und Flinten-BP. Ja, ich hab auch... Ich hab da 200... Wie viel? 207% Flinte gemütet. 206% Flinte. Sogar... Nice. ...teuer, aber geht. In Masterclass-Diener. Ich hab's nochmal unten reingelegt. Aber bei Zeiten auch Looten, falls... Ich scroll einmal durch. Ey, die haben anscheinend einen Chitin-Gauntlet-BP mit 170 Amor. Ja, ja. Ah, hier. Okay. Also das Schild geht in 22 Sekunden. Wir müssen auf jeden Fall die Bob clean. Kriegen wir hier irgendwo einen Teleporter hingeplaced? Hierhin. Vielleicht, ja. Bist du schon in der Ecke liegen? Naja, du musst den Teleporter noch aufheben. Ich muss den Teleporter noch aufheben. Komm mal zurück. Na gut. Vielleicht hier? Das ist, glaub ich, der weibeste Punkt. Also hier, gerade hier geht's. Okay, ich mach hier. Ich verstecke. Super. So, ich mach's mal nach Hause. Dann drück mal direkt auf nach Hause. Äh, ich will doch mit! Okay. So, können wir mal den Rest in Strike packen. Ich mach jetzt erstmal hier Electronics rein. Zack, zack, zack. Aber ein 200% Longneck BP ist schon ziemlich geil gegen... gegen Simflak. Es ist ein bisschen teuer ist es, aber es zwackt auf jeden Fall. Vor allem seitdem die Flintherhalcher irgendwann mal da vor einem Jahr ihren Buff bekommen hat. In zweieinhalb Stunden können wir übrigens mit DNT wieder preeden. Also dem einen Filmmethyler. Und der, der gerade groß wird, ist schon bei 77%. Oh, Mann. So, WB. Weiter geht's. Die Toilette hab ich schon gecrafted. Achso. Hast du auch alles andere? Ne. Nur Toilette. Gut. Kein Rohr, kein Wasser. Ne. Das machst du. Ah, jetzt hier geht er. Also Sekunde. Du weißt noch wie es geht? Einfach nur abziehen, wenn ich kacke. Also jetzt. Ja. Okay. 100. Jetzt hab ich geguckt und währenddessen... Verdammt! 154 haben wir jetzt. Ja, okay. Jetzt kannst du eh nicht mehr kacken. Reicht erstmal. Machen wir ein paar Koppel. Wir haben bei den Raids zwar unsere Trikes verloren. Konnten bei denen in der Base aber einen High-Level Male Trike mit 45 Punkten in Gesundheit abstauben. Also bin ich losgezogen um alle Female Trikes zu finden welche ich irgendwie finden kann. Damit wir schon bald mit der Trike Zucht beginnen können. Yay! Ich hab meinen ersten Dino bezahlt. Okay, geht nach Hause. Kommen aber gleich noch mehr. Hm. Wie mit dem Tame waren oder was? Jetzt hat mich halt echt der Nagel gebohlen hat einer. Okay. Was wollte er machen? Dich umboxen? Der hat mich gebohlen hat und dann mit der Fackel. Der hat irgendwann 40 HP abgezogen. Ah. Ja. Hier ist ein Male Trike mit 27 HP. Jetzt schon. 140. 27 HP? Das könnte... Ja, mal als 40 HP in der Base stehen. Also... Du musst doch glücklich sein. Ich pflanze grad die Beta an dem, wenn man fängt an zu regnen. Perfekt. Scripted. Content. Ja, geil. Ja, geil. PvP-Action. Was geht? Da geht der Puls hoch. Wenn da dann Naked kommt mit der Fackel. Das witzige ist jetzt zwei Sekunden später hätte er dich gar nicht mehr umbringen können. Ja, das ist jetzt mal zu regeln. Stimmt. So, zweite Trike kommt. Kommen aber noch viel, viel mehr. Aber ich kann die ja dann mal sammeln und... Können erstmal wieder platzieren. Ich porte jetzt nochmal zwei Female. Und ich mache jetzt mal schnell den 140er Male Trike mit dem High-RP-Wert fertig. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Okay. Ja, okay. 33. Nevermind. Scheiße. Welcher aus dem Teleporter ist der richtige. Nee, Salotte hat auch noch jede Menge Brumms irgendwie. Sag mal, der Inf. Ah! Ich bin auch noch, ob sich da noch mal einer bedienen möchte. Tuch. Hey. Du, Troll. Was ist jetzt passiert? Oh, ist das nervig, wenn man nicht reinziehen kann. Jep. Okay. Machst du doch. Äh, wenn man Suicide macht, verliert man da sein Kit? Ja, alles weg. Wohl, gut genau. Oh Mann ey. Hier. Er liegt schon tot auf unseren Tourist. Oh, du bist ein Arsch, Alter. Ich hab das wirklich geklaut. So. Hätte er sein können. Hahaha. 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 Er hat echt gut funktioniert. Ich bin stolz auf dich, Kay. Hahaha. Schlecht. Hat er mich ja ganz schön verhebelt. Und hier gibt es einen Spot-Track-Babys zu claim. Ist jeder in der Lage, kurz hier hinzukommen? Wie viele sind das? Hier. Oh, ich hab noch hier ein. Und dann. Ich hab eingeclaimed. Skipper! Wir haben, glaube ich, alle in guten Wert. Sehr schön. Aufi, aufi, aufi. Lava-Insel. Krass, hier war ich's lange nicht mehr. So. Gut, Leute. Also, wir gehen ins Lava-Cave. Ähm. Ich versuch mal mein Glück. Erstmal ohne Dino. Und wir schauen mal, ob wir ein paar rote Loot-Crades finden. Für Flak-BPs oder vielleicht auch eine Waffe-BP oder so. So, ich hab da erfolgreich den Höhleneingang gefunden. Auf Anhieb. Geist. Okay. Rico ist tot. Nein. Ich fühl's gut, wie du sagst. Alle, hopp! Und in dem Moment Rico ist gestorben. Was ist das? Das fühlt den Beat. So, hier kann auf jeden Fall ein Loot-Crade sein. Ist aber keiner. Überraschung. So, da hinten kann auch ein Loot-Crade sein. Dort. Hier kann einer sein. Dort. Ist auch keiner. Okay, und dann hinter dem Plattformen. Sind schon keine Flak-BPs? Ja, mal gucken. Vielleicht find ich ja noch einen. Ah, es sind halt... Also, aktuell ist halt... Es gibt ja alle Spots leer. Jetzt geht's darum, den Tillerwoller zu verstecken. Muss ich mich da halt noch hin-crappeln, ohne zu sterben. Probieren wir's mal. So. Ja, das wird spannend. So. Achtung. Labern. Okay. Okay, ich check mal noch die anderen zwei Spots ab. Hier kann auch noch ein Loot-Crade sein. Ist auch keiner da. Schade. Okay, dann ist auch keiner. Das ist die hübscheste Verkabelung, die ich jemals gebaut habe, by the way. Ehh, das sieht ja wieder nicht aus von draußen. Ziel ist... Ja, Ziel ist... Ja, das rendert halt irgendwann... Alter. Das rendert halt irgendwann die scheiß Steckdosen wieder weg. Aber ich will halt, wenn eine Steckdose kaputt geht, dass die scheiße heile bleibt. Bist du Spider-Man oder was? Ja. Was für ein Spinnennetz? Ja. Spider-Man hat sich auch ein bisschen vergnügt. Ja. Ich war ganz alleine in dem Raum, dann ist das passiert. Mal sehen, ob es funktioniert. Gleich der Test jetzt hier. Vielleicht tut's auch einfach die Lava. Ja, man tut das gleich fertig. Juhu. Juhu, ich lebe noch. Der kann dann sofort gebreedet werden. Also wenn du auf dem Teleporter stehst, ist alles gut. Hier, hier ist Loot Crate. Loot ist... Ne Slingshot und Ankylosattel. Nice. Endlich sicher mit Farben. Ne 250% Slingshot. Wenn wir Gigatame. Maybe den, der so ein bisschen offener steht, den musst du vielleicht ein bisschen näher rannehmen. Also nicht. Hast du schön gefragt. Hier, diese blaue Range, ist das jetzt Nanny Range oder was ist das? Ja, das ist gerade die Nanny Range, kann man ja ausmachen theoretisch. Ne, ich würd halt nur dann mein Thüler Baby mal in die Range reinholen. So. Ich hab mal Prioritäten gesetzt, guck mal vor die Base, das sieht cool aus. Ach das Artefakt, lol. Kann ich jetzt irgendwo einen Thüler nehmen oder erstmal noch warten? Ist doch okay, wenn ich zu Fuß machen muss erstmal. Es wäre jetzt voll dumm, wenn der mir jetzt auch stirbt in 5 Minuten. Oh, er hat mich echt genetzt. Ach so. Fußthieler. Fußthieler. Aber du hast eine Axte dazwischen dabei. Oh, mind. Oh. Ich setze mich einfach nicht mehr auf Thames, so. Ist ja irgendwie 50 Thüler, sagen wir mal so. Ja, die Scheiße ist halt auch immer noch, wir sind halt immer noch Two-Hit mit den Rockets, ne? Sonst hätte ich es halt weggeschafft. Also ich hatte ihn schon wieder befreit und bin sogar hochgesprungen, wo der noch die Rocket geschossen hat, aber ich war halt trotzdem einfach tot, weil mich das zweite Mal gehindert hat mit der Rocket. Hier, wenn mein Female Schüler erwachsen ist, kann ich dann nochmal mit ihr Preetel, darf ich den danach benutzen? Ja. 17 Minuten. Vielleicht. Oh shit, hier ist ein Spieler mit Rhino bei mir. Kommt mal zu Red geportet, hier ist ein Rhino-Spieler. Okay, passt auf. Seht ihr mich? Hier, hier, hier. Guck mal hinter euch. Da lang, auf der Brücke. Leicht links ist das Rhino, der erste direkt vor netten, das Rhino. Ja. Ich geh. Tschö, tschö, tschö. Also du willst netten, okay. Daneben. Ich hab ihn. Nice. Weg vom Rhino. Ja, ich bin weg. Noch eine? Nicht tot. Hinter uns noch ein Dirty. Sorry, Jungs. Der steht auf. Da ist noch ein Naked. Beim Dirty lebt noch einer. Dirty ist genetzt. Vorsicht, Rakete auf dich, Beam. Der hat passiert. Beim Teleporter. Hit. Er hat auch eine Rocket. Ja, ja. Hit. Wo ist er hin? Er hat seine Hose mehr. Hä, er steht, was ist mit ihm? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, kill mal das Rhino. Wait, homing missiles? Der hat deswegen auch nicht geschossen. Es gibt homing missiles? Ich spreng mal den Teleporter weg. Okay, komm mal her. Ja? Nimm dir mal drei Rockets bei mir raus. Hast du Upgraded, ne? Ja. Ich hab'm Upgraded. Okay, hat's dir ja gelohnt. Ja, perfekt. Guter Zugriff. Waffe. Ich hab einfach mal eine Vierer oder Fünfer Streak gehabt auf seine Hose. Nice. Wenn er sich nicht bewegt hat. Er hat sich... Alter. Nee, er hat sich davor aufbewegen. Er hat sich erst nicht mehr bewegt, wo mein Magazin alle... Seine Hose schlafen. Ja, der war... Die Schüsse waren so gut, er war direkt ne Schockstarre. Imagine. Ich, ich... Ja, Fünfer Streak auf dem stehenden Gegner gemacht. Nice. Ach, halt hier die... Tülias, ne? Die müssten aber halt hier mal... Hm... Nach drei Minuten. Ich fänd's ja funny, wenn wir nochmal drei Weibchen bekommen würden. Ja, schon frech. Eigentlich. So langsam... So schnell kann ich die ja gar nicht umbringen, Alter. Tülias, Babys kommen jetzt, ne? Übrigens, meins ist female. Meiner ist male. Oh. Meiner ist female. Zwei von drei. Ordentlich. Tim darf nicht mehr entblicken. Da ist es kurz dunkel, denn genau in dem Moment, als ich die Aufnahme kurz beendet habe, um den Spaß zu sichern, meldet Kay Feinkontakt direkt vor unserer Base. Kaputt, den Teleporter sofort. Ja. Ich versuch's. Die ist Rockets drauf. Rockets fliegt weiter. Zweiter Rocket fliegt auf dem Tüler. Einer ist schon hier. Zweiter Player. Der Tüler ist hier genettet. Am Start ist. Player ist genettet? Ne, ist nicht. Lol. Hat die stinkt. Steht der Teleporter noch? Ja, ja. Von der nächsten Rocket wäre ich tot. Ich mach den Teleporter in den Arsch. Aha. Also ein Tüler ist netted. Ein Typ tot. Nice, good job. Zweiter auf 200 Tüler. Ich versuch den zu netzen. Der hat net cooler. Ich nutze den Boot. Ich bin unterwegs. Ich bin Alphas. Die Rampe hoch? Ich komme mit meinem Ultra-Iguanodon. Wo seid ihr? Hoch oder runtergelaufen? Hoch. Runter zum See, dann Rampe hoch. Ja, okay, okay. Ich wacke noch in Butterface. Pass auf die Spinnen auf. Spinnen-OP hier drin. Ist runtergesprungen der Dude, oder? Also nicht. Ich seh ihn. Aber er läuft noch rechts, ne? Ich seh ihn, ich seh ihn. Du hast eingegreist. Er ist runtergesprungen. Pifa, seht ihr mich? Ja. Naja, ich bin hinter ihm. Oh, Tüler muss kacken. Wo ist er hin? Sehen ihn nicht mehr. Andere Richtung. Unten bei uns. Ja, er ist weg, wenn er jetzt weg springt. Nö, der ist noch nicht weg. Ich seh euch auch nicht auf dem Marker. Das ist so close, ne? Da läuft die Brücke runter. Null. Welche Brücke? Die Brücke Richtung Schnee Nord. Ich tue Schnee Nord. Ja, macht jetzt aber auch keinen Sinn. Da jetzt in der zu chasen die ganze Zeit. Guck einfach auf die Kompanse. Da sind ja Kontinaten. Halt ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass sie es jetzt dann gleich spaltbar probieren bei uns um ein Märkchen zu machen. Hier ist eine Tüler. Ja? Hast genetzt? Ne, ne. Rakete hinterher geschossen. Die Rakete ist durchgedreht. Immer nach oben auf der Plattform? Ja, ja. Immer nach oben auf der Plattform. Ist genettet. Der verkauft sein... Der verkauft sein Tame. Ist nackt! Nice. Mit Breveln. Rocket. Fass ein bisschen Abstand. Lass ihn weiter losgehen. Ich bin dann tot. Oh boy, das war Fehler. Wie ist ihm ab? Ja, schön Detail. Mein Rocket Launcher ist kaputt. Peng! Nice, Alter. Schön Wolle. Da ist er. Jetzt bin ich immer auf das Kit gespannt. Äh... Verbesserte Flack, actually. Okay. Zwei Teile. Ich take on mal gerade. Mach mal. Macht meine Tüler da, Alter. Freundensprünge. Kannst du mich mal gerade... ein paar Meter an meine Tüler schieben? Danke. Ja, die haben zwei verbesserte Flackteile. Wer war das jetzt? Das waren Geschlechten. Das waren wieder Alphas. Hm, okay. Tatsächlich haben die auch einen verbesserten Revolver gehabt. Äh, hier ist ein Teleporter. Ha? Teleporter hier von Alphas. Ich kill... Mach die mal weg, ne? Ja. Tja. Tja. So, wir haben jetzt die Eier. Äh... Ich wurde geschossen. Wo? Ja. Wer schießt was? Irgendwie mal ein Snipe von irgendwo. Wer schießt was? Ich hab noch nicht gesehen von wo. Doch, ich glaub ich sehen. Aufs Süden. Aufm Stein. Nein. Yo, loi. Ich bin tot. Haben die ne gute Fab, oder was? Ja, keine Ahnung. Die schießen auch vom Strom an. Schmeiß mal ein bisschen ab. Hast du den schon gespottet? Jaja, Süden von der Base aus. Einfach ganz vorne an der Base. Am Eingang. Ich pack mir jetzt. Eigentlich, also ich heb Metal-Teleporter nochmal kurz auf, ne? Mhm. Komm, wir sind noch ran. Als wenn die jetzt da die Tames snipen, Alter. Hier haben wir uns. Da haben sie mich gesniped. Au! Es handelt sich hierbei übrigens um die gleichen Leute, welche davor mit Thylas immer schon vor unserem Base herumgetingelt sind und ganz klar um den Alpha-Tribe vom Surfer. Dass die Jungs, was Tames und Ressourcen angehen, klar, besser Progress als wir gemacht haben, hätte sich beim Deffen vielleicht nur irgendwie verkraften lassen. Genauso der Fakt, dass die ein verdammt gutes Fabricated-Sniper-BP hatten, womit die Leute ungefähr dreimal mehr Schaden als wir machten, hätte einen Deffen nicht unbedingt unmöglich gemacht. Aber zu allem Überfluss kamen die Drucks genau in dem Moment, als unser Metal-Vorrat alle war, beziehungsweise genau in dem Moment, als wir ein neues holen mussten. Vielleicht jetzt noch schon welche geholt haben, ne? Konnten also nur begrenzt Turret-Money nachproduzieren, beziehungsweise auch unser Equip nur begrenzt reparieren, beziehungsweise, ne, wenn wir Rippen, neues herstellen. Also war wieder unlucky Timing, aber natürlich auch unsere Schuld, weil wir hätten einfach mehr Metal auf Vorrat haben können. Ich würde das jetzt noch nicht unbedingt in Länge ziehen. Sehr schnell war uns auf jeden Fall klar, dass wir unsere Base nicht lange halten werden können. Also haben wir noch ein paar Spaß-Counter-Raid-Aktionen gebracht und dann haben wir GG geschrieben und aufgegeben. Gerne hätte ich dazu mehr als ein Video produziert. Ähm, ja, aber so ist arg PvP nun mal. Ich kann nur sagen, ich habe wieder riesen Lust bekommen, erneut so einen Surfer zu starten, nur mit besseren Settings und am liebsten auch ein bisschen weniger Rocket PvP. Also nachdem ihr einen Daumen gegeben habt, checkt mal die Kommentare ab, weil wenn, dann würde ich da reinschreiben, wenn der nächste Surfer, beziehungsweise das nächste Projekt stattfindet. Und falls ihr in meinem Discord beitretet, bekommt ihr übrigens immer safe Bescheid, wenn ich da irgendwas starten sollte. Auf meinem Discord findet ihr übrigens auch alle Settings vom Surfer. Also falls ihr trainieren wollt oder irgendwie andersweitig einen Gamesurfer braucht, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Link zu G-Portal abchecken würdet. Darüber könnt ihr 10% sparen und ihr unterstützt mich auch gleichzeitig damit. Nochmal so als kleine Erinnerung. So Leute, ich bin super gespannt auf euer Feedback, gerade nachdem ich so lange kein Arkt mehr gebracht habe. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir bald ein neues Projekt erstarten. Ich bin super gespannt, was ihr schreibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Würde ich mich sehr freuen. Alles klar, Leute. Dann macht's immer gut, ne? Tschüssi. Hat geschmeckt? Ey, da hat jemand gesprengt. Wo kam er denn der? Der hab ich nicht gesehen. Wir haben ein Loch in der Base, Leute. Tschüssi. Tschüssi.